ja grüß euch heute kommt die auflösung zu meinem video spritzen 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 und zwar dieses mittel wo sie euch da sozusagen vorenthalten hat heißt planten planten ja wunderbare geschichte kommt gleich hier um die ecke aus wildon und verspricht quellwasser aus österreich recycelbare verpackung spricht das planten kommt in einem blechbehälter der dann wieder befüllt werden kann biologisch umweltfreundlich und hergestellt in österreich es ist eine gerbsäure und stärkt die pflanze ist für pilzerkrankungen kräuselkrankheit auch gegen buxlappbaum zünsler hilft sehr gut jetzt habe ich es auch bei meinen funken einmal angewendet mir kommt vor die schnecken haben es auch nicht gern weil der fraß sehr zurückgegangen ist ja was gibt es zu planten noch zu sagen ihr könnt es über uns beziehen es ist sehr riecht sehr angenehm also es stinkt nicht es ist nicht giftig es bringt auch keine nützlinge um also ganz tolle geschichte wo man nämlich bei den biologischen pflanzenschutzmitteln teilweise schon aufpassen muss damit man nicht es ist zwar biologisch aber bringt halt andere nützlinge um also gleich ein biologisches mittel zu verwenden ist nicht unbedingt sehr nachhaltig wenn es nicht anständig für die anderen fischer gut ist und planten muss man sagen ist doch eigentlich sehr in ordnung also nicht eigentlich da passiert die anderen fischer nix und darum muss ich sagen gefällt mir das produkt sehr gut ja zu planten gibt sicher einiges noch zu sagen aber in diesem video möchte ich eigentlich eher kurz halten wenn es euch interessiert meldet euch bei uns wir können euch das entweder in einem garten aufbringen beziehungsweise ihr könnt es auch über uns beziehen und wir stellen es euch zu oder ihr könnt es euch hier bei uns holen ja hat mich sehr gefreut dass ich wieder zugeschaut habe und bis zum nächsten mal ihr habt Ihr habt ja ja ihr habt ja gott ja ihr habt ja hier war ja wir haben